So was wie ein Sonnenstein würde ich natürlich nicht wegschmeißen oder sowas. Dein Glück. Aber du hast jetzt bestimmt ein buntes Inventar mit den ganzen Steinen was du da hast. Da gehe ich von aus. Ich werde müde. Das ist der Sonnenstein hier und das ist Citrine. Das ist das gold das glänzende ist hier ein weiteres. Glühende Zahn. Und das Monster ist blau. Aber wir müssen doch auch noch bei Josef hören. Weil da war da so ein Toberbo, ne? Da sind wir doch... Weiß ich nicht. Da können wir gerne reingucken. Aber erstmal muss ich hier leer machen und schlocken gehen. Moment. Hier. Zack. Komplett alles. Wow. Sehr schön. Wow. Komplett alles. Ich mach's mal so. Wenn dann schnippel ich hier nur jemanden die Ohren hab. Ähm, ja. Jetzt hast du aber gar nicht geguckt, wie viel Eisen du hattest, ne? Nee. Aber ich geh mal davon aus, dass wir reichlich gefarmt haben. Wir brauchten ja nur 30 oder so. Waren jetzt die Tiere dran? Ne, ne? Die hatten wir gerade gemacht. Doch die sind dran, ne? Mhm. Ich glaub schon, dass sie dran sind. Könnte nur im Bett bleiben. Ja, ich auch. Und trotzdem mach ich's nicht. So, Mädels. Kommt mal alle ran hier. Ah, wir haben keine Eier mehr, ne? Hm, ich muss noch mal kurz rein. Schön, dass ihr in der Tür stehen bleibt. Äh, wir brauchen Eier. Ja. Hättest du jetzt 19 rausgenommen, hätte ich dich gekündigt. Das hätte mein Monkauge nicht gemacht. Hast du mich gerade ausgelacht? Nein, ich lache mit dir. Natürlich. Weiß gar nicht, wohin. Nur Bodo braucht dringend Nahrung. Schön, dass du mich nicht auf der Tür lässt, Manu. Also, es ist echt... Wir haben alle Hunger. Schön. Wie schmeckt dir denn der Spiegelei? Oh, Bodo ist echt verfressen, ne? Sehr schön. Bodolein. Komm mal her. Das ist Bello. Sehr schön. Und du kannst auch mal wieder losziehen. Gittert Hunger. Abmarsch. Guttwort. Ähm. Jetzt müssen wir aber das Futter noch für die anderen holen. Wie war das? 1, 2, 3, 4 sind's, ne? Ja? I don't know. Da noch sind vier. Und jetzt kann ich die Eier hier wieder reinpacken. Sehr schön. Ich bin ja fast stolz auf dich, ne? Aber auch nur fast. Ich weiß. Vielleicht morgen. Okay. Das gibt's also immer noch nicht. Dieses Lama, ehrlich. Ach, Mensch, Leute. Kauft euch Kämme. Es ist doch echt zum Heulen. Schmeckt's dir? Ich will. Sag dazu nix. Diese Tiere machen mich gerade echt wahnsinnig. Oh, bleib stehen. Sehr schön, den haben wir. Jetzt muss ich aber noch mal einen holen. Weil's ein Tee geschmeckt hat. Ja. Das Problem ist garantiert, dass es hundertprozentig das Tier ist, was hier gerade flöten geht. Nein. Ist es nicht. Ist. Sehr schön, dann haben wir ja alle. Ähm. Hello. Muss ich jetzt nämlich wieder arbeiten schicken hier. So arbeiten. Schön, dass du es dir bequem machst. Oh, guck mal hier. Was ist hier los? Kein Wasser? Ne, die haben alle. Einfach nur zu warm, ne? Ja. Kannst ja nix machen. Ich könnte höchstens mal die Kristalle hier wegnehmen. Aber dann ist es auch wieder nicht nass, ne? Ach, es ist doch doof. Ähm. Kein Wasser. Super. Nein. Ne. So. Was ist hier mit dir? Jünger. Du vernachlässigst deine Farm. Das ist wirklich unfassbar. Oh. Nicht schön. Das hier oben mit dem Sandboden ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen hier. Boah. Noch irgendwas mit Dünger? Ne. Ansonsten sieht es gut aus. Ähm. Dünger, Dünger, Dünger. 1, 2, 3, 4, 5. Danke. So. Sehr schön. Aber erst mal draufgepackt. Ähm. War hier bei den anderen, warte mal bei den anderen waren auch braun oder nicht? Das war nicht rot. Das war braun. Ne. 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 Das ist orange. Das ist licht und wärmer. Oh, guck mal. Ops. Guck mal da. Sternenfrucht. Macht er das? Macht die Tür zu. Ja. So. Oh. Endlich die ersten Früchte, die wir haben. Es geht wieder seiner Wege. Ja, es geht wieder seiner Wege. Hier ist nix. So. Oh. 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 Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Uff. Uff. Ja, da werden wir jetzt eine ganze Weile an. Das ärgert mich jetzt, ne? Weil, aber wir brauchen ja Geld. mit. So. Wir gehen mal hier ran. Ähm. Warte mal. Warte mal. Mach mal auf. Äh. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Töp, 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 töp. Töp, 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 töp. Töp, töp, töp. Töp, 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 töp. Töp, 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 töp. so und ja gut erzählen diese runde hier habe ich genügend platz wo man jetzt übrigens eine schaufel drinnen verkaufen könnten ja so aus damit platz raus raus schon haben wir ein bisschen platz wo du was hatten wir unten noch so gehen wir jetzt noch mal schnell rein die tüte 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 lasagne du wolltest es wissen es sind wildkräuter tomate korn ehren und kuhmilch nehmen wir auch mal drei stück mit für den notfall kann man so sehen ja unsichtbarkeit gibt dir für einige zeit einen bonus auf einen angriffskraft handwerksstation und alchemie okay das ist schild okay das brauchen wir gleich hier unten rein was haben wir hier durchhalten haben wir die dabei ja aber einmal dabei noch mal einen zweiten teleport haben wir dabei dass hier teleport aufladen wollten wir auch noch holen noch auch was was wir wollen wir haben tränke wir haben essen schön dass du hier und warum müsst ihr euch eigentlich immer in die tür stellen erklärt mir herkommen keine zeit schon wieder mittags schwer mittag also was muss man echt am tag vorher vorbereiten aber es gab doch irgendwas wo man auch die nacht durchmachen konnte ja das ist das durchhalten das ist der zauber durchhalten ok er macht die nächsten acht stunden ich bin mal kurz gemütet muss man ganz kurz allein ja das kriegen wir hin wir werden jetzt uns auf zum boot machen muss man das hier kartoffeln und ich darf es nicht ernten mal wieder ein baum eine laterne ich erwischte immer hallöchen jasmin wann kommst du wieder in mein restaurant bis bald chloe ich habe gehört dass du ein ganzes dorf aus den höhlen an die oberfläche gebracht hast gebracht und heim die sand heim heißt es oder der name erinnert mich an irgendwas wirkt nachdenklich schau alena bis später ok ganz ehrlich stinken ich jetzt richtig bin ich hier jetzt richtig ja ich glaube da bin ich so richtig oder ja ich glaube hier war das boot noch ja ich glaube das ist richtig gleich wieder komplett bei dir ja so hier ist der meteorit oder gekommen die aufnahme unter keinem guten sternen da haben wir es so auch da sehr schön ich sage ja irgendwer will hier heute an ecken so da ist josef gewesen jetzt haben wir das große licht ich habe mal gespannt war das das mit den sandwürmern mit dem gestern geist was habe ich denn jetzt gemacht hier gar nichts er hat gemacht das sind die würmer sag ich doch das sind diese würmer wo kommt er denn hier vor allem wie kommt er hier gute frage diese musik wenn sie jetzt alle auf einem fleck sind können wir sie mit feuer richtig schön da da geht es rein zu der würmer kleine säcke da oben ist er ok den treffe ich nicht aber den zu viele hier kannst du sie kannst du das auch aufladen dingelskischen au was den feuer ja ja wollte ich eigentlich das problem ist es bringt ja auch nur was wenn du wenn sie alle auf einem haufen stehen dann bringt es was ich behalte dein lebensbalg im auge ich behalte dein lebensbalg im auge kannst du nie ein schild benutzen ja könnte ich klein moment das problem ist dann wieder gleich stapeln müsste er ein schild erst mal reichen dass du reinkommst ich habe kein schild mehr glaube ich verbraucht toll die haben wir verbraucht na dann los du musst du so durch ja wird schon guck mal wir haben doch schon gut abgeholfen im gegensatz zum letzten mal ja einmal einnehmen so und dann wechseln wir wieder auf die maus da kommt der nächste das ist doch das ist doch kacke du bist erschöpft und du bist erschöpft und die hälfte tot so dann müssen wir mal was essen ja so und dann geht weiter rein 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 dir boom das zurück 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 ja da oben sind schon welche wieso kannst du die münze nehmen ach so die mussten nehmen unten auch auf die resistenzen vielleicht sollten wir es kämpfen 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 das geht nicht mit eis es geht nicht mit eis du bist fast gut aber es ging mit eis und die resistenz ist ja niedriger bei ist das ja aber aber guck mal du bist fast tot er hatte ich die ganze zeit vergiftet ja vergiftet ja gut weil er zu dicht dran kam aber eis war meines sagtens noch effektiver müssen wir mal gucken ich versuche noch mal das ist hier das zeug was alles rum liegt ich trage den anderen mit das ist gut aber wenn er zu dicht kommt hat er nicht mehr gemacht mann ich nehme wieder feuer ich glaube das war besser ich bin der meinung das feuer irgendwie besser war beim eis habe ich länger gebraucht mann ok brauchen auf jeden fall ein bisschen mehr essen und jetzt mal erst mal vor der gleich wiederum kippst das auch ok ich rauf so und dann dem ist ziemlich runter solange es nicht noch weiter runter geht das alles in ordnung kann wir ins bett gehen oder wie spät haben wir es mit da immer runter nicht so schön und was da mit europäern die tod na nun wieso da zeigt dann alles natürlich alles türkisch ok so ich würde mal sagen wir gucken mal hier wir müssen ok ok spät haben das mittags 12 uhr ach so das wäre jetzt aber doof jetzt schlafen zu gehen deswegen ja deswegen ja so sehr schön so dann werden wir hier noch ein bisschen was machen müssen wollen wir hier oben ein bisschen hand pflanzen hier ist nichts drauf da haben wir hier oben haben wir noch eine lavabeere eine einzige haben wir da haben wir hier noch welche nicht so aus ne hat mich noch irgendwo samen ja was du hast keine ordnung in deinem kisten habe ich doch bist du das nicht blauweer rose das ist das sumpf gras wir haben sogar noch erdbeeren naja aber ich brauche ja momentan nicht zusammen samen esels ohr lulatsch ok hier haben wir nichts drinnen was wir jetzt bräuchten wo haben wir die jetzt hingepackt irgendwie mit rein ne ich jetzt rollen ja 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 ich weiß aber nächstes mal bitte mal den 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 schild zauber mitnehmen ja ja nur mal so gesagt haben möchte müsstest du mich denn daran erinnern hab ich was haben wir denn hier erst mal was pflanzen die schlüssel lass ich auch erst mal hier war das vom sterben genug ne ja irgendwie das war jetzt ärgerlich ich habe aber rechtzeitig gesagt trinken und die vergiften dich doll ja das gift war glaube ich eher das problem ja aber habe ich gesagt also habe ich wo haben wir die samen jetzt hingeschmissen die hatte ich doch in der kiste gepackt hier ja in eine wo es nicht reingehörte so da sind die tomatenpflanzen kerzen gehören glaube ich unter bäume 23 bis 70 licht genau temperatur 2 bis 35 die können wir bei den sträuchern mit hinpflanzen glaube ich was hältst davon wenn du das machen möchtest ich bin raus so wir haben gar nichts mehr zu essen siehst du das fehlt hier unten du solltest vielleicht zu abwechselnd mal kochen ja ich hatte ja keine zwiebeln mehr ich warte ja immer noch auf die zwiebeln guck mhm das war ja das problem so hanf wo sei denn ja dahin 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 erstmal ein bisschen haben gepflanzt das ist das problem die sind kaputt gegangen dadurch dass es wahrscheinlich auch zu warm war ja ja wie sieht es jetzt hier aus ich sehe jetzt ist alles weg bis auf der dem ist es immer noch zu hell oder wird wir haben keinen hier kommen die haben kein ding hier unten ist kein ding drin hier unten okay gehen wir auch noch fix dünner holen ich habe heute richtig farbe ja habe ich dich so schockiert schockiert